Wir gehen gleich nach Ohio und ich esse mein Sandwich grad und der Ohio tritt wird einfach Hammer. Inchallah. Und ja, wir gehen bald los. Die Jungs sind alle im Gym, wer ist mit 500 Zeug? Und dann in Ohio spielen wir drei Tage lang Basketball. Mach schauen wie es läuft. Ich halte euch auf dem Laufen. 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 Wir sind jetzt angekommen. Wir sind gut da. Happy Birthday to you! I got the new whip, I got the new whip, I got the new whip, the little... Riding dirty! Try to catch me riding dirty! I got the new whip, 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 but you are still there! I got the new whip! We are going to the game for a girl, and then... We will see what's going on. We are going to the game and then... We will see what's going on. Yeah, well, at least I will be warned and then I will be okay. It's going to be the one that's not going to die, maybe. And we are going to check out a few games and we are right there! We are now in the hall, but we are going to eat again again, so... We'll see you soon! I'm going to go to the game, right? You're too wide! What are you looking for here? Look what I'm doing! Watch out! He runs, he runs, he runs, he runs! I looked at him, he flew! Man custom school, he runs, he runs, he runs... Hi! Bye! We won our game yesterday! and we will see how it's going! Wir gehen jetzt irgendwas machen, die haben irgendwie eine Überraschung für uns und dann mal schauen, was da abgeht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Bye, bye. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Oh mein Gott, äh? Oh mein Gott! Das ist so cool. All right, we're definitely going to get better. Does everyone understand? Yes sir. It's okay, I'll have to wait on you. I know you said that because she's in the gym right now with a bunch of other guys. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020